Der puppt da einen anderen Hund. WTF? Willkommen zurück zur GTA 5. Im letzten Part haben wir das Rennen gewonnen nach zwei Versuchen. Also hat noch ganz gut geklappt eigentlich. Wer das nochmal sehen möchte, einfach im letzten Part klicken. Und jetzt gucken wir mal hier, was er bei dem F gibt. Weil ich dachte, ich fahre schon mal in die Richtung. Aber eh da oben nur. So. Oh, meine Gesundheit ist nur 50%. Oh, what the fuck? Was waren die deiner Sport? Wie weit ist das noch? So würde ich nicht unbedingt hier rumlaufen. She got, man. She got. Shut my mouth. I have food. You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. So. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. Seid ihr in den verfickten Hunden, Alter? Shops. Kann ich den Shops benennen? Shops? Kann ich dir was kaufen? Das ist keine Gang-Scheiße. Es sieht nur so aus. Okay. Alles klar, man. Take a ride. Achso, steig in den Lieferwagen. Achso, ich muss wieder fahren, ne? Hund hinten rein, los. Hopp, hopp. Get in the van, Chok. Get in the van. Good dog, man. Warte auf La Mar, man. Okay, wo muss ich hin? We're going on Vinewood Boulevard. Vinewood Boulevard. Ich fühle mich hier wie so ein Taxi. Aber obwohl, da gehört ja dazu, weil ich hier nicht. Hinfahren, abknallen, zurückfahren. Aua. Und die nächste rechneunrotes Auto. Sorry, man. Boah, ich werde keine Umhänge fahren. Ich weiß nicht warum, aber machen wir mal andermal. Das war hier in der Stadt einfach rumlösen. Scheiße machen, ihn nur reinjagen, das Auto. Ich glaube, so Rennen sind cool zum zeigen, aber wenn man jetzt jedes Rennen in der Stadt machen würde und das aufnehmen würde, ist, glaube ich, nicht so prickelnd, weil dann würde ich eher ein Rennspiel zocken. Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-started, huh? In the kidnapping sector. Yeah, starting big. Oh. But it always go wrong, don't you? What the fuck? Boah, Glück gehabt, er ist abgebucht. Boah, in so einer Stadt würde ich voll unwohl rumfahren. Man fährt sich nur so einen Berghof, siehst nichts und dann siehst du, weil wir wieder alle stehen. So, nächste rechts. Da kann man die Kurven so eng nehmen, ne? Das ist richtig geil. Ah, hier. Fick dich, Hopfer. Fick dich, Hopfer. Fick dich, Hopfer. Man, shut the hell up, bitch. Fick dich, n***a. Man, fick dich. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass-Ganses-Insignia-Madsware-Modderfuckers? Oh, so what's up now, n***a? You snitching or something, n***a? Oh, shit. Fick dich, n***a. I'm out of here, n***a. Boah, man. Come on, let's go. Genau, womit sollen wir denn hinterher fahren? Wir verfolgen jetzt mit dem Lieferwagen-Motorrad. Okay. Vielleicht kann er nicht fahren. Okay. Oh, Gangster, wir schaffen das. Kann man auf dem Ziel fokussieren, ist doch blöd. Ich sehe gar nichts mehr darunter. Ach, da ist alle. Guck mal. Frag your mind on this shit right here for men. You worse than Chuck. Oh mein Gott. Oh, das ist an der Weg. Du, der special driver thing. Ich weiß, ich kenne die Spezialwähigkeit, habe ich schon ganz oft angemacht. Ich wollte nur warten, wenn ich mehr dran bin. Go left, man. Ich schaue mich, wie man hier noch fährt, wegen den anderen Spezialwähigkeiten. Der bestimmt cool. Aber ich glaube, andersrum, jetzt mal ... Boah, scheiße, man. Ohne diese super Fähigkeit wird noch nicht super schön. Gerade bei diesem Manövern hier, Alter. Hat es der da oder nicht? Cool. Haha, das ist wegen dem Bus gefahren. Warte, der rennt jetzt weg. Oh, das geile Motorrad. Aber ich glaube, das gehörte dazu. Hatte ich ja noch mal Glück gehabt, dass ich da gerade irgendwo gegen gefahren bin. Ohnein! Dann kommt Job nicht drüber. Doch, Job ist ein super Hund. Ach, der war noch im Zaun. Job ist ein super Hund. Also, man kann drüber hinweg gleiten. Mann, oh ... Geil! laufe erhöht meine ausdauer hat er gesmooft einmal geil drüber weiß ich kann die ganze zeit dem oxen hinterher rennen nein kommen ja gar nicht hinterher mann kommen dann dahin wechsel zu shop geht halt alter so ein handy raus da ist doch wechsel schnell zu wichtigen charakter und drücke jetzt machen alter und hat der winmow das öffnet die tür im güterwagen bitte für mich hier nehmen wir den anderen der hat sich gerade an dem zug gehangen verstehe ich nicht egal wir haben dich junge komm raus man das auch nicht gehen wir mal zur shop hier sind doch noch mehr kann ich die europa hat was er hat eine fährte los shop man einfach mal hier hoch oder ich laufe jetzt einfach mal hier hoch wir gibt die zu shop und ziehen von dem alter dann sehe ich dann erst mal der pop dann anderen hund wiki wir unterwegs wo wir die app da bewerben ich glaube ich habe ich glaube ich habe ich guck mal die app mal an wahrscheinlich ist ja auch irgendwie verlinkt oder war in dem letzten part folien na hol ihn dir nein alter er hat er hat er hat er hat man müsste echt so einen niggerzähler reinmachen jetzt kann ich wieder fahren ja genau ich muss immer fahren man ist ja auch cool weil sonst hätte ich ja nichts zu tun hier in dem auto müsste nur zugucken wie die gegend aussieht obwohl die ganz cool aussieht aber die lenkt doch ab die gegend eindeutig mehr los als nachts da war schon wieder da ist der chili ring of fire supergeile chili abbiegen oder knapp das war nicht gut muss ich hier hin ist noch ein standard verraten wichser ach so lieferwagen anhalten blöder wichser ach so ich soll wieder rein was soll ich denn machen ich check das gerade gar nicht was soll ich Lama noch absetzen ey man ich bin voll der chauffeur GTA ist ein Taxi spiel man aber gut muss ja erstmal alles aufbauen oh mein gott krass jetzt einfach hier zurück das war gar nicht geschehen ich kann ihm nix machen so hier hier kannst aussteigen junge ok wichser ja nimm den hund mit der stinkt scheiße nein kannst du nicht habe ich jetzt bestanden die mission bestanden job nicht ein kratzer ok wenn ich das geschafft hätte dann wäre es wahrscheinlich in gold fahren wir nur einmal zu es das ist dann der andere kontakt ja jetzt pack doch mal das ding da weg du hast die ganze Zeit der Teil da im Gesicht so oh bremse und ab geht's ach ja genau meine arbeitsstelle ich vercheck das immer ich vercheck das immer jetzt kann ich mal da rein dann krieg ich wahrscheinlich einen neuen auftrag mit autos holen oh mein gott ist so kann ich dann da rein vorne muss ich vorne rein warte mal ja bitte ok haulich hat sich kaputt ich will dann hat geschäft ah da hinten steht einer rum ja weil du denkst, dass ich ein Atom bin. Was? Nein! Was bist du? Entschuldigung! Der Mann! Ich bin sein Mentor! Ich bin so stolz von dir! Was bedeutet ein Mentor? Keine Angst! Okay, also was hast du für ihn? James DeSanta. Niemals Kind. Er ist bereits leid auf seine Paymenten. Und ich habe diese schlechte Gefühl, dass er mehr Schmerz zu dem Auto zu machen, als wir von ihm bekommen können, in den Interest-Rate Paymenten der Exorbiten. Geht und hol es! Das Haus ist auf Hamstead, auf Eclipse. Es ist ein SUV. Einige Rockford-Hills-Daddy-Boy-Nonsense. Keine Angst. Versuch, das Auto zurück in guter Kondition bringen. Ich verstehe. Es ist so gut, dass dich zu sehen, mein Junge. In guter Kondition. Oh, Fork, wenn er sagt in guter Kondition, dann darf ich das ja nicht kaputt fahren, ne? Kann ich den Audi nehmen? Okay, anscheinend kann ich den Audi nehmen. Ein bisschen unlogisch. Jetzt stelle ich eine andere Karre von ihm da hin, die Klatsch neu ist. Richtig viel PS hat wahrscheinlich, weil die Vier-Auspuff-Töpfe-Aurora hat hinten. Haben bei manchen Autos daran zu sehen, aber was soll es, ne? So, 1,4 Kilometer. Aber schon mal gut. Zum Glück sei denn da nicht so, was weiß ich, zehn Kilometer. Boah! Es wird ja ewig dauern, dann nochmal hinzukommen. Guck mal, hier fahre ich jetzt so supergeil. Jetzt gleich, wenn ich die andere Karre habe. Eingehender Anruf. Hä? Ah fuck! Laut Unterlagen hat Papis Junge ein abgeschlossener Grad, du musst also durchs Haus. Ach so, der wollte mir nur ein paar Sachen mitteilen. Nee, das war ruhig aber einfach den Handy-Button. Weil ich muss durchs Haus, um an das Auto zu kommen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, what the fuck man, what the fuck. Oh fuck! Ja, schon okay. Guck mal, er winkt und winkt. Winkt und fällt weiter. Ich muss durchs Haus, welches Haus denn? Ah hier. Finde einen Weg ins Haus. Jetzt sehen wir schon mal rum wie so ein Ochse. Ja, aber die Hecke kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Doch. Nein, warum kommt der nicht über die Hecke? Hecke ist gemein. Oh! Das ist ja blöd. Ah, guck mal, hier ist eine Lücke in seiner Sicherheit. Schleich-Modus? Ach so, habe ich schon an. Ach ehrlich, im Schleich-Modus mache ich wenige Geräusche, top. Haha. Hätte ich ja nicht gedacht. Du, dass eine kleine Fontäne so. Edward Way. Aber ich hasse Schleichen, da dauert immer so lange. drücke Fie-Eig um über das Auto auf das Dach zu klettern. Und das Fenster zu erreichen. Das ist einfach, weil du einen riesigen Gaper hast, b***h! What the f***! Du f***er, Helmo, du bist tot. Pat!! Er sagt, ich habe einen riesigen P- Oh sehr gut. Timmy kallt mich eine B***h! Flitter doch da rein! Hast du versucht, mich zu kniffen? Niemand schreibt auf den J-Dog, meine Niggas! Geh aus meinem Gesicht, du lucky homo! Nein! Oh, wer geschlagen! Da stand, wenn ich lautlos ausschalte! Weißt du, du kletzt es mal da rein und willst lautlos ausschalten? Und dann klappt das nicht! Ach, guck mal jetzt! Da kam doch gerade der Tipp! Sonst wäre ich doch direkt die Treppe runtergelaufen! Was, blaue Sachen auf dem Radar zeigen an wie laut du bist? Danke, Coach! Oh, fuck! Du bist ein echtes Pro, Mr. DeSanta! Ein echtes Pro! Der Wurst in die Garage! Okay, wie das? Ja, listen auf! Und folge durch! Perfekt! Oh, cool! Geht auf! Ich dachte, ich hätte jetzt durchbrettern müssen! Also, das hätten wir aus der Küche aushören müssen, wenn so ein Auto startet! Hätte ich mal im Ernst! Hey, Simeon! Ich hab' den Fahrrad, Mann! Ich komm' zurück! Hey, wenn du die Repossession an mir bringst, dann kann ich es zurück nach der Straße, bevor der Tag fertig ist! Sehr gut! Dann soll ich das wohl ganz lassen, oder? Gut, dann fangen wir mal nicht so wild! WTF! Das ist ein 9mm Semi-automatischer, der gegen deinen Skull! Na? Wir schauen nach. Wir fahren einfach weiter, wo du gehst. Hey, komm' mal, Mann! Das war ein Repo-Job! Der Mann war dahinter auf der fucking Note! Unglaublich! Wir sehen, dass mein Sohn gerade das Auto hat. Und schau' an, wie du hier gehst, Was? Was? Kreditbetrüger? WTF? Und ich dachte gerade schon, warum sucht der denn so nah dran? Oh mein Gott, ich glaub' die Story nimmt gerade an Fahrt an. Warte, die Ecke kenne ich, jetzt muss ich eigentlich nur noch, nur noch gerade aus. Was? Da ist der Laden! Ich hab' keinen angeeckt! Bis jetzt! Achso, da anhalten! Okay! So! Ist das der Laden? Ach, guck mal, wer das ist! Ach du Scheiße! Fahr durch das Fenster des Autohauses! Krass! Und dann geht der doch kaputt! Okay, armes Fenster! Oh, shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel! It's not exactly how it looks! I always trump bigger for a job well done! Get outta here kid! You motherfucker! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh, Pruegit Simian! Mach' ich! Ich was an wie die Währung bei Sam City! Ich zum zu treten! Oh fuck! Hat noch! Viel rum auszuweichen! Sehr aber gar nix! Sehr genau, jetzt ist er am Auto! Sind immer alles Rassisten bei ihm! Klatsch! Boah krass! Stärke lohnt sich ja richtig! Der hat ihn umgeworfen! What the fuck, jetzt bin ich der? Bestanden! Wir machen ihr Mann... Ich office im Grünen! Nickerchen im Grünen! Habe ich nicht verstanden! Aber egal... schau'n dann sind wir jetzt... Den Typ mir, den wir auch beim Psychiater gesehen haben! Und ich sage einfach mal, bis im nächsten Part! Tschåue! und bitte ging 이거는 die Silberleiste zu Columbus do 91